Nicht so wie vorhin der Ralf das gesagt hat. Auf jeden Fall, die Kurve fällt ab, weil der Fahrer kommt an und dann geht es ein bisschen rechts runter. Das kommt jetzt beim Fernsehbild nicht so raus. Aber vielleicht können wir eine Runde mitfahren mit Bernoldi, dann kann ich die Strecke ein bisschen erklären. Hier geht es auch den Berg hinunter. Diese Rechtskurve jetzt geht voll im Qualifikationstrim. Eine gerade bergauf, es geht über eine Kuppe und mit 180 nach links. Ist sehr schnell die Kurve, die kann man auch nicht einsehen. Es kommt eine langgezogene Bergaufkurve. Es steigt immer noch an und jetzt kommt die Schikane. Hier kann man sich sehr leicht verbremsen. Dritter Gang hier, die Linkskurve. Man bleibt im dritten für eine Doppelrechtskurve. Und jetzt eine ganz schnelle Links und in der Links wieder ein bisschen Bremsen für eine langgezogene Rechts. Und jetzt kommt diese Bergabkurve, die ich vorhin gesprochen habe. Und hier sehen Sie auch links das Angesetzte, was du gerade erzählt hast. Und jetzt sind wir in der engsten Kurve hinter der Box. Ungefähr 85, 90 in dieser Kurve. Und dann auf die Startzielgerade mit rund 120. Ganz lang gezogen. Man muss versuchen, lange innen zu bleiben, um dann viel Platz zu haben zum Beschleunigen. Und es fällt auf, dass es wirklich viel weniger starbig ist als in all den Jahren zuvor. Überhaupt hat man den Eindruck, dass die Organisatoren unglaublich viel getan haben, um die Attraktivität dieser Stadt zu erinnern.